Heute kann ich hier bei Ihnen sein, weil ich dem sogenannten Zigeunertransport von 19. Mai 1944 vom Lager Westerbork in den Niederlanden nach Auschwitz auf wundersame Weise entkommen bin. Auch ich sollte als siebenjähriger Junge mit diesem Transport deportiert werden und stumm stand zusammen mit meiner Tante, meine Tante Musa und einer kleinen Gruppe Familienangehörigen auf dem Bahnsteig, um auf dem Zug nach Auschwitz zu warten. Der Bahnsteig war voller Soldaten und Polizisten, Geschrei, stampfende Stiefel, einsteigen, schnell, schnell. Da kam der Zug, in dem sich bereits mein Vater, meine Mutter, meine kleine Schwestern und mein kleiner Bruder befanden. Ich sah sofort, wo unsere Familie war. Mein Vater hatte einen blauen Mantel meiner Schwester für die Gitterstäbe von des Vierwagons gehängen. Ich erkannte ihn sofort, es war ein blauer Mantel aus weichem Stoff und wenn ich die Aufe heute noch schließe, fühle ich noch, wie herrlich weich die Mantel anfühlt. Auch wir sollten mit auf diesen Transport nach Auschwitz gehen. Mit Hilfe einer guten Polizeibeamte, wahrscheinlich ein Mitglied der Widerstandsbewegung, ist es uns gelungen, der Deportation zu entgehen. Im letzten Augenblick, in dem wir uns sahen, schrie mein Vater in voller Verzweiflung aus dem Vierwagons meiner Tante zu. Musa, Musa, pass gut auf meine Junge auf. Das war das Letzte, was ich von meinen Lieben sah. Dieses Bild hat sich für immer in meine Netzhaut eingedäumt, meine Damen und Herren. Ich war allein. Als Kind von sieben Jahren hatte ich alles verloren und fiel in ein unbemesslich tiefes Loch. Oft, auch heute, muss ich an meine Mutter denken, die im Zigeunerlager im Auschwitz-Birkenau unter den schrecklichsten Umständen für meine Schwester, meine Brüder, sorgen müsste. Meine Mutter, die sich das Essen vom Mund absparte, um ihre Kinder im Leben zu erhalten. Wir können uns keine Vorstellung machen von das unvorstellbare Leiden, wie meine Mutter und all die anderen Mütter erlitten haben. Sie müssen in manchen Fällen erleben, dass an ihre Kinder die fürchterlichsten medizinischen Experimente durchgeführt werden. Schließlich, in der Nacht von 2. auf 3. August 1944, würden die noch verbliebenen 29.000 Frauen, Kinder und Eltern aus dem Zigeunerlager vergast. Auch meine Mutter, meine Schwestern und meine Brüder. Das ist der Grund, warum wir heute hier zusammengekommen sind. Wir haben jetzt einen eigenen Ort, an dem wir unsere ermordeten Leben gedenken können. Meine Damen und Herren, dieses Denkmal ist ein Zeichen der Anerkennung. Anerkennung des uns in der Zeit der Nationalsozialismus zugeführten Leids. Es ist ein Denkmal der Besinnung. Wir müssen Lehren aus der Geschichte sehen. Es kann und darf nicht so sein, dass unsere Lieben umsonst gestorben sind. Dass wir nichts aus der Geschichte gelernt haben. Wir haben die Aufgabe, die Voraussetzungen zu schaffen, dass Minderheiten in Frieden und Sicherheit leben können. Dieser Rahmen würde von allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterzeichnet. Die Umsetzung lässt sich doch noch viel zu wünschen üblich. Schwerpunkte dieses Rahmens sind Bildung, Arbeit, Gesundheit und Wunder. Meine Damen und Herren, dieses Denkmal ist kein Schlusspunkt, sondern vielmehr der Ausgangspunkt für eine verstärkte Auseinandersetzung mit dem Holocaust an Sinti und Roma, die von der Verantwortung für unsere Menschen in Deutschland und Europa getragen wird. Wir Überlebenden würden uns sehr wünschen, dass der Zentralrat deutscher Sinti und Roma als Initiator dieses Denkmals baldmöglichst eine eigene Repräsentanz in Berlin erhält. Ich hoffe, dass diese Gedenkstätte ein Ort des Nachdenkens, der Besinnung sein wird und das gegenseitige Verständnis fordert, damit wir miteinander in Frieden und Freundschaft leben können. Durch den Mut eines Einzelnen habe ich als Kind überlebt. Doch aber tausende andere Sinti- und Roma-Kinder konnte dem Vernichtungswille der Nazis nicht entrinnen. Sogar aus Kinderheimen und Adoptivfamilien wurden sie in die Todeslager deportiert. Aus einem dieser Heime ist ein einzigartiges filmisches Zeugnis erhalten. Es sind Aufnahmen einer NS-Rassenforscherin. Sie missbrauchte 40 dort untergebrachte Sinti-Kinder für ihre Doktorarbeit. Die Eltern hatte man schon vorher im Konzentrationslager verschleppt. Es sind die letzten Bilder der Kinder. In Mai 1944 wurde sie nach Auschwitz-Birkenau deportiert und fast alle in Gastkammen ermordet. Sehen Sie die bewegenden Originalaufnahmen im Gedenken an die unseligen, namenlosen Kinder, die den Völkermord zum Opfer führen. Danke. Applaus Sprecher 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 Vielen Dank.